Diese Videos werden dir nicht helfen. Nun, was meine ich mit diesem Titel? Nun, ich habe den Titel ein bisschen provokant gewählt, das muss ich zugeben, aber es hat einen Kern Wahrheit. Diese Videos werden dir nicht so gut helfen wie ein richtiger Deutschkurs, ein richtiger strukturierter Deutschkurs. Und ich habe in den letzten Tagen schon erwähnt, dass ich eine Akademie gegründet habe, in der es mehrere Deutschkurse gibt. Und ich würde es schlimm finden oder ich würde denken, dass ich dir nicht so gut helfe, wenn ich nicht erwähnen würde, dass du mit diesen Kursen wahrscheinlich besser lernst als mit kurzen YouTube-Videos, in denen es mal um das eine Thema geht, mal um das andere und so weiter. Und ich mache auch manchmal Fehler und dann muss ich mich korrigieren bei diesen YouTube-Videos. Und in der Akademie ist es aber so, dass ich einen Text geschrieben habe und diesen Text dann spreche. Und damit garantiere ich dir, dass keine Fehler in diesem Text sind. Der Text ist so geschrieben, wie ich auch umgangssprachlich sprechen würde. Also du lernst auch die Umgangssprache in der Akademie und du lernst die Aussprache, weil es auch Tonaufzeichnungen für dich gibt. Du lernst die Umgangssprache, du lernst die Aussprache, du lernst auch, wie die Wörter geschrieben werden, indem du den Text liest, während du ihn hörst. Und das ist weitaus effektiver, als nur Videos zu schauen. Und es ist auch besser, weil es um ein klar definiertes Thema geht. Es gibt zum Beispiel einen Kurs über die deutsche Geschichte, einen Kurs über deutsche Orte, über deutsche Kultur, über Zeitmanagement und so weiter. Und dadurch, dass es nur um ein Thema geht, lernst du bestimmte Vokabeln, weil sie immer wieder erwähnt werden, weil das Thema nicht erst das eine ist und dann das andere und so weiter. Und ich möchte, dass du effektiv Deutsch lernst. Das ist mein Hauptziel. Und vielleicht hast du ein paar andere Videos von mir gesehen, wo ich die Akademie erwähne und du denkst dir, ja, ja, Marco, ja, ich schaue lieber die YouTube-Videos. Aber mein Ziel ist es wirklich, dass du Deutsch effektiv lernst. Und ich denke, ich wäre kein guter Lehrer, wenn ich dir nicht sagen würde, hey, lerne strukturiert Deutsch. Sei nicht billig und investiere in deine Bildung, um wirklich strukturiert mit einem richtigen Deutschkurs zu lernen. Und so lernst du mehr als das, was du nur in diesen YouTube-Videos lernst. Also ich sehe es als meine Pflicht, dich darauf aufmerksam zu machen, dass du nur eine bestimmte Menge mit diesen YouTube-Videos lernst. Ja, ich bin dankbar dafür, dass du zuschaust. Es ist meine Leidenschaft, diese Videos zu machen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Videos mache, besonders weil ich dann auch immer diese wunderschöne Natur besuche, um einen ruhigen Ort zu finden. Aber ich möchte dich auch darauf hinweisen, dass du in der Akademie viel strukturierter, viel organisierter lernst. Und wenn es einen Grund gibt, warum du die Akademie nicht besuchen möchtest, dann bin ich sicher, es gibt sogar eine Lösung dafür, weil ich nämlich immer weitere Kurse hinzufüge. Hier gibt es mehr und mehr Kurse und über alle möglichen Themen, die dich interessieren könnten. Und es gibt nicht so viele Grammatikkurse, damit du nicht abgelenkt wirst, damit du nicht zu viel Zeit in die Grammatik investierst, weil man nämlich wirklich am besten die Grammatik lernt, indem man viel liest, viel hört und so weiter. Es ist ein langfristiger Prozess, aber damit wirst du viel mehr behalten, was du lernst. Du vergisst nicht so schnell, als wenn du nur die Regeln auswendig lernen würdest. Also besuche join-german-club.com, investiere in deine Bildung und wir sehen uns dort. Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es dir nicht gefällt, gebe ich dir dein Geld zurück. Keine Frage, ich möchte, dass du glücklich bist mit dem, was du von mir kaufst. Okay? Also, wir sehen uns dort, join-german-club.com. Sei Teil der Akademie. Tritt diesem exklusiven Club bei und ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Okay? Wir sehen uns dort und vielen Dank fürs Zuschauen. und hör nicht auf, Deutsch zu lernen. Lerne mal weiter. Viel Erfolg, viel Spaß und wir sehen uns später. Tschüss!